Fritz Soundgarden am Abend Herzlich willkommen zum Soundgarden am Mittwoch. Das heißt natürlich wie immer, wer hätte es gedacht, elektronische Musik. Die nächsten knapp zwei Stunden viel, viel Spannendes, viel, viel Neues. Und den einen oder anderen Einblick in das eine oder andere. Natürlich immer, wenn es mit elektronischer Musik zu tun hat. Ansonsten viel Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Neue, 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 Neue Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und so ist es auch. Das ist der Tilman Uhrmacher Remix. Der Mann von Sunshine Live. In Wessiland der große Radiogurl. Der hat den Mix gemacht. Übrigens in jedem guten Plattenladen jetzt dann auch zumindest noch Vinyl zunächst mal erhältlich. Die nächste Platte, die sie von hinten hinein stolpert, ja, zu der gibt es auch eigentlich so eine kleine Mini-Geschichte. Eine kleine nur. Armin von Buchen kennt man, der hat sich zusammengetan mit Ray Wilson und die haben einen Song gemacht, der heißt Yet Another Day. Die gibt es jetzt übrigens endlich auch. Also die ist ja schon eine ganze Weile am Start gewesen, aber jetzt gibt es sie auch in den entsprechenden Plattenläden. Und ich habe die öfter mal gespielt, so im Club, und nie wirklich hingehört, was der singt. Für diejenigen, die gut Englisch können, hört man genau hin, was der singt. Und dann wisst ihr auch, was ich meine. Man kann die eigentlich im Club nicht spielen, ohne Leute irgendwie böse draufzukriegen. Hallo, ich bin eine chinesische Jugendliche und Musik fahren beim Fahrrad hören, toll. Und im Radio, Fritz. Armin von Buchen und Ray Wilson. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020